hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von life is strange wir müssen jetzt das zimmer einer freundin um den okay eigentlich müssen wir genau die ist zum rand hey juliet is everything cool how did you find out äh, why do you care? why are you even asking me? you never talk, just zone out with your camera. that's why I'm talking to you now. what's my last name? ähm ja querbeetraten Juliet Patz Juliet Patson that was truly sad thanks for your concern Max Caulfield ach, Watson ja, easy geh mal zurück oh, yes, Max I've locked Dana in this is so stupid Juliet Watson you be nice I'm flattered I didn't even think you knew my name at all uh, of course I do thanks I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend unbelievable if you don't let me out, I will scream how do you know? Victoria Chase you know her you could say that but why would Dana go after your boyfriend? according to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback according to Victoria? huh she saw the sext and Zachary won't answer his phone once Dana admits it, she can go straight to hell Max I swear I didn't do anything but I bet Victoria did I know the proof is in her room ach, alles klar jetzt müssen wir dann auf jeden Fall nochmal in Victorias Zimmer das war ja hier den Gang runter da, Victorias Zimmer ja, jetzt brechen wir noch in anderen Leuten Zimmer ein das ist ja auch ein eigentlich ziemlich cool eingerichtetes Zimmer und ein Tablet guck mal nochmal vielleicht gibt es ja da ein paar interessante Sachen 3D-Printer für ihre Dorm Room? vielleicht werde ich ihre Posse 3600 Dollar das ist eigentlich verdammt viel Geld jetzt schaffen Sie Ihre Zukunft springen Sie in 22 Sekunden an mit dem Tetsuka 3D Drucker kreieren und produzieren Sie Ihre Version heute bestellen auf morgen vorbereitet sein schweineteuer aber okay ne, nein gehen wir mal hier auf das so, lesen Freunde, 857 alter okay heftig okay, lesen von Victoria to Taylor es tut mir wahnsinnig like dir mitzuteilen dass ich gerade Juliette und Dana verarscht habe ich musste Juliette bloß sagen dass ich einen ekligen Sext von Dana auf Sext Handy gesehen habe die blöde Kuh hat mir geglaubt also rechne ich jeden Moment mit einem Amoklauf im Wohnheim das hat Juliette verdient dafür, dass die dass die Schlampe mit Sack weggenommen also mir Sack weggenommen hat was dann angeht wen kümmert's hol das Popcorn raus boah, ist das heftig E-Mail drucken okay, aber ich würde mich aber ich würde mich hier noch weiter umgucken oh, Mark Jefferson okay vermisst Foto das ist heftig das ist heftig oh, hier noch mehr Zeitungen okay ich glaube Victoria hat Juliette auf ihrer Schlampe nach diesem Artikel ja wurden und blaue Haare ein Grund für eine Verweis und sogar Gewalt waren Hammerhart Mönchenschüler mit Ohrringen wurden gemobbt und geschlagen heute hat jeder Football-Schwüle zwei oder drei exotische Piercings der Fortex-Club war also ein Zufluchtsort für den Gruppenzwang den jede Generation erlebt wie ironisch ist es dass die revolutionären Wurzeln gesellschaftlicher Sonderlinge so etwas geworden sind das einige Schwüle als Eliatären-Kult beschrieben oder ist der bloße Neid auf einem Blackwood erfolgreichste Organisationen wir versuchen Fortex-Club Mitglied also Fortex-Mitglied Victoria Chase zu interviewen aber sie verweigerte jeden Kommentar und versuchte sogar die Veröffentlichung dieses Artikel zu verhindern heftig auf jeden Fall das auf jeden Fall oh, ein verdammt großer Fernseher alles klar erstmal Final Fantasy Werbung bekommen obwohl Final Fantasy nicht ziemlich geil ist aber da sind nur noch Schuhe oh durcheinander bringen oi, 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 oi jawohl ok, jetzt können wir rausgehen wir waren ja nett so hier aber das das finde ich jetzt gut doch, das hat sie verdient nach dem was die uns ja auch angetan hat und nach dem was die auch hier macht hat sie es auf jeden Fall Juliette, read this ja, ist doch nett haben wir das Problem auch schon mal gelöst get the flash drive and then I'll go see Warren ok, ah, da ist der USB-Stick must protect my precious so Max never has to chase it down again alles klar oh, Dana's Facebook wall is up and running I shouldn't look machen wir trotzdem mal of course a popular cheerleader like Dana would have a million friends so fascinating to get a peek into Dana's social media world and heftig ok, Freunde 1053 abonnenten 2554 juliet hey süße danke für deine für die kleinen Geschenke Trevor was geht Dana Justin beleidigt den Coach mit Super Mario wenn du willst kannst du rüberkommen was rauchen und spielen oder wir gehen spazieren sag bescheid ich bin hier immer noch hier hallo ok aber hier kann man noch den USB-Stick dran machen das müsste ich jetzt gerne mal tun ich muss sicher dass alles noch da ist auch nicht schlecht ok nicht schlecht ok ansehen ok was ist das denn jetzt äh Dana ich bin wahnsinnig schlecht im Schreiben aber ich dachte ich sollte es tun damit du mich jetzt nicht auf ewig hast ich weiß ich tue vor allem anderen so als sei ich tough aber das war bei dir nie nötig ich verdiene dich nicht du hast gesehen wie ich wie ich den Schwanz angezogen habe wenn du Geld brauchst sag bescheid Logan heftig ich bin Oh, da gucken wir ja nochmal drauf, das hab ich schon gar nicht gesehen. Das stimmt, verrückte Experimente, Hausaufgaben, das unglaubliche Filmarchiv des WMG, die besten Serien aller Zeiten, Berisellung, Kram, nicht runtergeladen, unerwünschter Gast, unheilige Unzügigkeiten und Max, auch nicht schlecht, cool. Gut, dann haben wir das ja jetzt. Oh, wir haben eine SMS gekriegt. Ich warte gern ewig hier draußen, liebe den Parkplatz, ich kann Autos zählen, je mehr SMS, desto langsamer, auf dem Weg, bye. Ja, dann verlassen wir mal das Wohnheim, das hat doch schon relativ gut geklappt. So, dann gehen wir jetzt mal Richtung Parkplatz, ich weiß jetzt gar nicht noch welche. Wow. Jawohl. Finde ich gut. Wenn wir damit Leuten helfen können, finde ich das immer sehr, sehr gut. Was ist das denn da oben für so ein komischer Schwarm? Sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Okay. Zum Parkplatz. So, don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. Okay. Hey, why don't you leave her alone? Excuse us, this is official campus business. Excuse me, you shouldn't be yelling at students or bullying them. Hey, hey. Nobody is bullying anybody. I'm doing my job. No, you're not. You're part of the problem, Missy. I will remember this conversation. Was für ein fieser Typ. Oh, Max, that was great. I think you scared him for once. I have to go, but thank you. It means a lot. Anytime, Kate. I felt like an everyday hero helping Kate, but now Officer David Dickhead is after me. Maybe I should rewind and mind my own business? Nee, ich glaube, das war schon so richtig, wie wir uns entschieden haben, weil der Typ ist ein Arschloch. Also, seit der ersten Sekunde, wo wir den kennengelernt haben, ist das ein Arschloch. Nee. Auch wenn er eventuell, was das angeht, eventuell Konsequenzen haben könnte. Aber schauen wir erstmal. Okay, auf zum Parkplatz. Und dann gehen wir mal wow in den USB-Stick wieder. Ah, da hinten steht er ja schon. Oh. Ja, genau deswegen. Oh, was ist da denn jetzt? How are you doing? Oh, hey, Max. Sorry, I'm still screwed up. Sorry you had to find out about Zachary that way. Or any way. Better sooner than later. Now that skank Victoria won't be laughing behind my back anymore. Have you talked to Zach yet? Mr. badass football hero is such a chicken shit. He said he sexted Victoria as a joke. Ha, ha. I think Warren wants your attention. He usually does. Hang in there, Juliet. See you around, Max. Ja, super. Die Arme, da tut mir auf jeden Fall leid. Was steht denn da? I wonder how long before Samuel has to repaint that. Haha, auch nicht schlecht. Cool. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal zum Warren. Max, get your ass over here. What up, Max? How are you? Here's your flash. Thanks. No problem. Check out my new wheels. Cool. Very old school. 1978 to be exact. Now we can go to the drive-in. There's one in Newburgh, just 60 miles away. You're in the wrong time, Warren. But then, so am I. You okay? It's been one strange fucking day. I bet. I heard Victoria got a face full of paint. I'd pay money to see a photo of that. Really? I wish I would have known. You probably could have raised a Kickstarter fund just for that one image of her covered in paint. Had I known that. Anyway, Victoria took down my photo, so that drama ended well. By the way, I saw Daniel's sketch of you online. Not bad, but I could do a much better job. You can draw? I thought you were blinded by science, not art. Art is science. Music is math, et cetera, et cetera. I'd put Stephen Hawking against Picasso any day. Hardcore. So you must use a computer to draw. Of course. I'd love to tweak one of your selfies with some cool graphics. That might not suck. I'll let you know. So did you get a chance to check out the movie booty on my flash drive? Yeah, thanks. You had some cool shit on there, from Akira to Twilight Zone, which seems apropos today. I consider myself a pop cultural pirate, connoisseur. That does sound better than thief. Ha ha. Make sure you watch Cannibal Holocaust. Seen it. I was more disturbed by all those emo vampire movies in there. Can a sensitive high school boy are sensitive vampires too? So you're sensitive. Ouch. That sounds awful, the way you say it. Ha ha ha. No, I was impressed you had faster pussycat kill kill. Russ Mayer was a genius of black and white. Plus, babes with breasts. Who would beat your sensitive ass down? If I was lucky. Speaking of hip and fast, we should cruise out in my car to an actual movie this week. But you seem distracted. I need to talk to somebody just to get it out of my system. Dr. Warren Graham is in the house. I won't even prescribe you any meds. Tell me everything. For reals, Warren. This is between you and me, not social media. Don't insult me. Max, go on. I had this incredibly bizarro experience in Mr. Jefferson's class today. I mean, life-changing. Have you ever had a dream so real it was like a movie? Max Caulfield, right? You're one of the Jefferson's photo groupies? I'm one of his students. What the fuck ever? I know you like to take pictures, especially when you're hiding out in the bathrooms. You best tell me what you told the principal. Now! Answer me, bitch! What are you talking about? I know you're new here, but don't even play stupid with me. I'm not new. I've lived here for years. Then you should know that Prescotts own this shithole. Then you don't have to worry about me. Worry about yourself. Do not analyze me! I pay people for that. Worry about yourself, Max Caulfield. Take a step back, Nathan Prescott. Oh, man. You're telling me what to do? Get away from her, dude! Alter. Hey! Leave him alone! Nobody tells me what to do! Not my parents, not the principal, or that whore in the bathroom! Max? Chloe? No way. You again. Go! Go! I got this! Get in, Max! Get your punk asses! Out of there now! Don't even try to run! Nobody! That's easy! Nobody! Hummer hot. Man, Nathan Prescott is messed up. And dangerous. This day never ends. Oh, and thanks, Chloe. After five years, you're still Max Caulfield. Don't give me the guilty face. At least pretend you're glad to see me. I am seriously glad to see you. Oh, and thanks, Chloe. It makes perfect sense I'd see you today. Yes, it's been that kind of day. So what did that freak want with you? I have no idea. I know he's a Prescott. And an asshole. Your friend really stood up for you. Warren? Yeah, I owe him big time. You're not the only one in debt. And you're already causing trouble. I thought it would be quiet here. It feels so weird to be back. So I guess Seattle sucked hard? I guess. It was cool, but I felt kind of lonely out of my league. I would think you'd fit right in with the art school hipsters. Right. You look like the cover of hipstergirl.com. At least you're still a smartass. That's why I'm here. Please, girl. You came back for Blackwell Academy. Of course. It's one of the best photography programs in the country. And my favorite teacher, Mark Jefferson. So you came back to Arcadia for a teacher, not your best friend. Don't you think I'm happy to see you? No. You were happy to wait five years without a call or even a text. I'm sorry. I know things were tough on you when I left. How do you know? You weren't even here. I didn't order my parents to move specifically to fuck you over, Chloe. You've been at Blackwell for almost a month without letting me know. Enough said. I just wanted to settle in first and not be such a shy, cliche geek. I totally would have contacted you. I bet you don't use these sad excuses on Mr. Jefferson. Don't use them on me, Max. I don't use them on me, Max. Broken. Oh, man. Are you serial? Wow. Haven't heard that one in a while. Not everything changes. Except my camera has officially taken a shit. My step-douche has a boatload of tools. Maybe you can fix it at my place. I need very specific tiny tools. Bird alert. My step-dad has a fully stocked garage. And he actually is a tiny tool. Welcome home, Max. Be safe. You're a trained person. Go joe. Be safe. And now it's been waiting for 10 minutes to be created.